jojama leute herzlich willkommen zu einer web von um sie zwei den omnibus weiter heute sind wieder mal unterwegs aufkommen ab wie gestern mit den mann line city doch a23 als gelenkbus in der lpg variante ja reißen wir an den haufen war schön im winter also mal ganz kurz warten bis hier der vorratsdruck hat das dauert noch ein bisschen bei den linken aber ein bisschen gras nebenbei das ist ein bisschen schneller genau so in acht minuten losgehen also 47 50 dauert noch kurz jetzt ja das alles eigentlich mal ein lieblingsbus sind um sie irgendwie ich finde ihn echt geil vom sound von optik her ist ein schönes teil das ist hier schön fahren und wie gesagt echt cooles sound ist eins was hier scheiße ist dieses ibus hier ist ein toller müll ah naja genau ich fahr jetzt hier ist dauernd nicht zu sein kann doch eh kein auto bin ich mir sagen Ich muss ein bisschen langsamer machen um den Chor, weil sonst drückt der halt die Mittelachse übrigens nach, also schiebt dann geradeaus im Prinzip und das wollen wir ja nicht, ne? Montag, hallo, Montag, Montag, sie hat überhaupt Fahrkarte und Verkauf angemacht? Ne, es aussieht Paarmatzik, da ist es klar Ja, Windgeräusche vom Fahren her habe ich auch mal herausgesucht, da sieht man auch mal auf dem Fenster, wenn man das fahren kann, sonst ist es ja nur am Rauschen Ja, was so blöd ist, dass der Schnee nicht auf der Scheibe vorne bleibt, aber naja, egal Oh, da wollen wir hinten einstellen Ja, ein bisschen Lichtmann machen hier Guten Tag, guten Tag Ja, verbaut haben wir hier einen LPG-Gasmotor mit 245 PS und 4-Gang-Roll-Diefergetriebe, was halt hier stattgedacht ist, gut, es guckt aus wie das Fahrzeug, da sind hier halt ganz viele gefahren, da ist das technisch war es halt überhaupt nichts, da sind 245 PS und 4-Gang-Roll-Diefergetriebe nicht Ja, eine Rode-Tobel, oder? Joa Das ist schon sehr interessante Zusammenstellung und da und da und da Und da und da und das Das ist eine schöne enge Stelle hier. Ja, du fahr doch durch, ey, es passt doch. Noch einer. So, mal schauen, wie wir jetzt hier rumkommen, es ist schon wieder abartig, eigentlich. Ah, es kommt mal ganz schön doll auf den Bordstein bestimmt. Können wir schnell ein Thumbnail? Ah, es geht noch ähnlich. Ja, es geht noch nicht. Guten Tag. Ah, es geht noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir fahren heute mal bis hier her. Reicht ja auch als Display, muss ja nur mal ganz kurz sein. Wenn ihr das Gefühl hat, gefallen hat, lasst euch ein Abo da und down nach oben. Bis nächstes Mal, macht's gut und tschüss. 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 Tschüss.